so leute hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal von BlackWater 1000 ich nehme jetzt auch auf und wir spielen heute Fortnite wir sind zu viert ja ich würde einfach sagen die Runde nehme ich jetzt einfach mal mit und gucken wie es wird ja da sind wir dass ich einfach nicht auf dieser Video aufstecken mit Haufen doch man liet ich ich stehe vor dir sag mal warum nehme ich im dunklen Zimmer eigentlich mit Facecam auf ich habe bei mir auch Facecam an aber ich habe Licht an mich sieht man die lieben mich alle denn es die wissen alle hier ach geh weg du hässlicher Frügel ich hab mich verschwiegen ich geh überhaupt nicht hin wo geht ihr hin die na lass mal Lucky Landing ok Lass mal oh du scheiße da haben wir längere Chance zu überlegen über überlegen ja ja da überlege ich auch haha wie ich damit komme haha man ich bin schon so brainfucked Arschloch darf ich nicht hier lassen nein wir sind dein Team merk ich nix von ich hab vorhin mit Kai Fire ganz schon lange alleine geschwört Prozent 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 so aber leute dass ihr wirst ich lade das wirklich auf YouTube hoch die Kürze die Städte die Städte die ich habe nicht meine Waffe ich fliegt doch die sie werden wir nicht mal ein ach da die ein wirst du ich hab sie wo ist er ich habe eine Pumpe ich hab meine Salve auf welchem Dach nee der ist hier in der Mitte in der Mitte ich hab meine Salve wieder ooooh wie ist das? ooooh Nein, ich hab getroffen, getroffen oder? Nein, ich hab getroffen, getroffen Nein, ich hab getroffen, getroffen für dich doch immer schnuppi Ich bin Schnüffelkiller, ja? Ich bin Schnüffelkiller, ja? Nein Wir haben dich doch gestillt schon mal irgendwelche Mädchen genannt Alter ich hab voll wenig HP gegenüber von mir die Fenster oder was? Ja, kann einer mal Treppe runtergucken? Ich guck die Treppe runter Da ist keiner Da ist keiner Der war genau da gegenüber Weiß du aber keiner? Wie gut, dass ich... Doch, Schüsse Ich hab sie vier Oh, wo? Ich seh ihn aber gerade nicht mehr Ich glaub auf der Kirche Wo ist der? Keine Ahnung, irgendwo gegen... direkt gegenüber von uns Ja, der ist der... Der ist auf den Turm Okay, warte, warte Wo? Oh Pass dir auf den Turm Der läuft weg Ja Hab ihn genockt Warte 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 1 2 3 Oh man, ich bin die Toten Alles verkackt, ja, ja Alles verkackt Alles verkackt Alles verkackt Hat jemand tranken? Äh, ne Und hat jemand Heilung? Warte Warte Ich droppe Verbände Verbände Liegen Verbände Mh Ich hab ne's gar Oha, da gilt's nicht Pass rein Was ist die Würde ich selber Ich such hier erstmal alles Ja, du Scheiße Ah, ich hab ne Tonne. Ne Tonne? Was ist ne Tonne? 100 Heilung. 100, äh, Schutz. Oh, dauert nicht. So Leute, wir müssen laufen. Wieso? So, gleich. Guck mal wie weit wir laufen müssen und du sagst gleich. Ja, wir schaffen die Fake. Okay, ich muss los. Ich muss los, ich hab keine Zeit. Ich lass dich da liegen. Ich crafte nochmals. Was willst du denn craften? Du kannst nix craften. Alter, ich wollt grad auf euch schießen. Äh, Basti, wir sind deine Mates. Weiß ich nicht so immer. Sei froh, dass hier die Friendly Fires ist. Komm mal zu. Das mal zusammenbleiben so, weil sonst können wir immer. Oh, hier deine Munition vergessen. Zack. Ich hab mir nur 100 Schild gemacht. Warum du? Nö. Du bist ja. Ich hab mir nur 100 Schild gemacht. ich war wieder schluss irgendwo recht Schüsse hinterm Baum ich bin genockt ja finnischen finnischen ich hab nur gekühlt so jetzt sehen sie die Sicht vom Schnüffelkeller ja bei mir auch ich bin bei der Sicht vom Schnüffelkeller da ruft Kraft um jemand Basti zögern noch ein bisschen raus wir sind gerne mal bei 9 Minuten wir sehen dich drauf wir sind einer genockt zweiter genockt einer noch der könnte versuchen den zu holen Basti rechts rechts Scheiße der hat noch 16 AP was noch eine Basti von entweder er geht jetzt raus oder er kommt wieder ne er kommt wieder ja, dann macht mal alles schnell bereit meine Aufnahmen läuft noch habt ihr das gesehen, man? ja, voll gut ja, dann nach 16 HP, Alter ja Sehr, sehr dank. Kurz ab, ey. Ich habe äh, Launy Lodge markiert. Ich tust die Tippe. Ne, lass mal lieber nicht Launy, da waren zu viele Folgen. Buchen Sie nicht. Oder? Na lass einfach Whaling Boot. Oh, Whaling. Ja. Oh, Whaling. Ja. 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 Ja Oh, yeah. Jetzt ist ja mal so tief. Oh. Oh, oh, ich lande gleich auf dem Baum... ...scheiße. ouch ich dachte dass der Gegner dabei war es nur denn es Mouhaha ne hier war da irgendwie eine Kiste, das weiß sie ganz genau oh, mir geht's gut wenn du rein das hauen und genug Bäume ist auch da für alle ja, Bäume gibt's hier genug ja, ich lach dir schon mal ein doch mal so jetzt der Baum ja, auf jeden Fall ja, das ist doch keine Sache David, den Garten das ist doch das ist doch du bist sicher, dass der ist offen ja, ich bin doch auch das ist doch ja Meine FPS-Zahl ist irgendwie komisch. Siebenundfünfzig bis sechzig erfüllt, war immer so ein Sekundentakt. Ich hab nur eine Pistel, ne? Ich hab komplette fünf Wagen. Ich hab ne goldene Skar und ne. Aber Türkise. Du lügst, Türkis gibt es gar nicht. Das ist ja kaltisch, ne? Du bist ein Lügner. Ich bin ne Goldkiste, aber die Lüge. Dennis läuft hier rum die ganze Zeit, weißt du? Aber übersieht diese Kiste. Hat er davor? Vielleicht wollte ich auch netter sein und hab dir die übergelassen. Du und was überlassen deiner Seite. Hey, ich bin der einzige mit Schütteln. Ich hab keine Waffe. Dennis, was machst du denn da schon wieder? Looten! Hier oben ist ne Waffe. Da. Mit Pistel. Da, hä? Wo? Da oben. Musst du dich hochgucken? Nein, nein, nein. Das verlinkt nicht. Oh, da fällt Lüge. Ich fände schon eine Waffe. Hier ist ne Schatzgang. Guck da hin. Das... Hip-Hin, doch , doch! Tschüss. Ich ... Nichts Stגtsium erinnert mich an gestern! Was war einer mal gestern? Gestern war meinem bisher ... Ja, aber warum? Ich kann euch sogar vielleicht ein Bild einblenden, wenn ich dran denke. Ich habe nämlich ein Foto davon gemacht, was sie... Ich blende euch dann genau jetzt ein Bild ein. Lügner, Lügner, du spielst gerade. Och nö, ich mach das hier, sonst sterb ich wie letztes Mal. Gönn dir, Aki. Oha. Gönn dir. Du hast ja keine Waffe, oder? Darf ich? Du hast ja keine Waffe, oder? Ich habe eine Skar, aber wirst du die nicht? Die scheiße, egal. Wir sollten dann mal auf die Warten. Hm? Ich verstecke mich im Busch. Ich gehe noch hierüber und baue mir hier gleich einfach was hin. Ich gehe runter, mach mich. Ja, was, wo? Ich gehe, ich baue den Fenster. Ich komme mal wieder zu euch. Hä, wie geht das jetzt? So geht das. Wo ist denn das schon wieder? Warte, ich bin hier los, weil ich... Wie geht das? Oha, wie, ich kriege schon mal. Nein. Bestimmt nicht. Boah, ich habe nur zwei verfickte Waffen. Ich habe eine in den Abschuss. Ich will auf. Ich habe nichts mehr. Oha. Ich habe gar nicht gezeigt, dass wir schon weiter sind. Nein, der ist Schilder schon. Das ist viel zu auffällig, Dennis. Warte mal auf. Ich brauche mich zu, ich brauche mich zu Dennis. Warte mal auf. Was ist schon lange? Was ist schon lange? Ich brauche mich zu, ich bin ein bisschen falsch. Warte denn da hoch? Noch hier schön. Dann niemand. Oha. Oha. Lass es doch. Hallo, ich will da rum. Na, Leute, wir müssen weiter. Nehmt euch und steigen und go. Nein. Oha, was ist jetzt noch? Ich kriege die Falschheit oder nicht? 96, egal. Oha. Ja. Da ist jemand. Alter, der hat mich ja richtig hochgenommen, Alter. Schwul in Säcke. Ich hau ab, ich weiß noch wo nicht. Der hat Raketenwörter. Du bist Dennis, wenn Dennis da vor mir mal jumped. Du jumpst zu weit vor. Die sind auf dem Dach. Warum zu weit vor? Ich war nicht mehr vor, du warst vor mir. Nein, du warst vor mir. Du warst zuerst auf diesem scheiß Weg. Und dann haben wir dich ja schon gesehen. So, Leute, ich würde sagen, das war's für heute mit der ersten Folge Fortnite. Wenn ihr noch ein paar sehen wollt, gebt einem gerne mal einen Daumen nach oben. Oder auch ein Abo, damit den da kleinen Nix mehr verfasst. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Vlog oder Gaming-Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und schau, schau. Jo.